Max und Moritz Eine Bubengeschichte in sieben Streichen Geschrieben von Wilhelm Busch Vorgelesen von Angelika Davy Letzter Streich Max und Moritz, wehe euch! Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zappermindt, dat Ding werd lichter! Hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps! In seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz weht es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he, heran! Mal er das, so schnell er kann! Her damit! Und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Schluss Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe wollte, mild und weich, sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat gelt meckt dat dan? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.